Wie bereits angekündigt, vor kurzem, erweitert sich ja Hertha Geek. Neuer Content kommt ja dazu. Hm, es gibt doch diese drei großen Global Player. Welcher wird es denn jetzt sein? Hm, na heute verrate ich da noch nicht so viel drüber. Es ist eine Arbeit, es ist eine Arbeit und in Kürze werdet ihr Hot News bekommen. Hallihallöchen, willkommen bei Hertha Geek Freunde. Ja, was steht denn heute an? Wir wollen Reaction machen. Nee, nicht wir, sondern ich. Ich mache eine Reaction auf die PK bezüglich Vorstellung 777 Partnerschaft. Ja, das ist jetzt fix, das ist in trockenen Tüchern. Die Tinte ist auch trocken, ja, also es wurde unterschrieben. Wunderbar und die PK war ziemlich lang und ich habe mir echt überlegt, mache ich da ein Reaction Video drauf. Ja, also eigentlich dachte ich, naja, beim Frühstück ziehst du dir das rein und dann wurden aber die ersten Sätze gesprochen. Und ich sagte, wow, Frühstück erstmal kurz beiseite geschoben, Notizblock, Kuli, alles mal rangeholt und ich habe mir Notizen gemacht, weil ich fand doch wirklich, dass die ein oder andere Aussage wichtig ist. Ja, und ich möchte sie gerne mit euch besprechen, um einfach auch ein gutes Gefühl zu bekommen, ja, um mit euch gemeinsam zu wissen, was Hertha da mit Triple Seven vorhat, ist eine geile Geschichte. Es fing ja so an, dass Kai Bernstein und Geschäftsführer Tom Herrig, ja, zusammen mit dem CEO von Triple Seven, Josh Wunder, auf dem Podium war. Ja, die waren da auf dem Podium und Kai hat dann begonnen, also Max war ja auch da, der moderiert ja diese Geschichten mit den PKs. Und Kai war dann als Präsident gefragt, ja, die ersten Worte, ja, ans Publikum zu richten, an die Journalisten zu richten und was ich lustig fand und da war es ja schon bei mir gleich so, wow, jetzt musst du mitgehen, willkommen zur Trauerfeier von Big City Club, ja. Ja, also das fand ich schon mal total geil, ja, weil wir mögen, also wir Hertha mögen nicht diesen Begriff Big City Club, wir haben den selbst im Verein nie kreiert, das war von außen herangetragen worden. Und das fand ich irgendwie ganz lustig, das ist so, willkommen zur Trauerfeier und das war schon mal eine richtig geile Nummer. Ein guter Tag, meinte gleich Kai Bernstein, auch ein guter Tag für den Berliner Weg, ja. Kompletto guter Tag. Und es gab so viel Unruhen, meinte er, in der Vergangenheit, das wissen wir ja alle. Und der Verein hat da so gebrodelt und Geld wurde verbrannt und viele Trainer kamen und gingen wieder. Das wurde nochmal von Kai Bernstein so ein bisschen hervorgeholt. Jetzt mit Triple Seven ist eben die Chance da, die Richtung neu einzuschlagen, Restrukturierung ganz weit oben, ja. Und Besinn auf das Wesentliche, das waren so Kai Bernsteins Worte zum Einstieg, fand ich ganz gut gewählt. Man hatte ihn auch so ein bisschen die letzten Tage im Gesicht angesehen, er wirkte auch schon ganz schön matt, der Gute. Aber ich bin ja ein Freund davon, dass er auch salopp daherkommt, auch mit Trainingsjacke. Mein Gott, er ist ein sportlicher Typ, der Mann aus der Kurve. Und es passt zu Kai Bernstein. Und ja, also ich bin nicht derjenige, der sagt, der muss jetzt unbedingt eine Krawatte tragen. Weiß ich nicht, ob das jetzt uncooler aussieht, als jemand mit Krawatte und Basecap auf hat. War jetzt keine Handspielung, aber ich meine bloß. Ich finde, im Sport ist das jetzt auch nicht wesentlich. Kai Bernstein, jawohl. Danach hat das Wort der gute Josch bekommen. Und Triple Seven freut sich auf die Partnerschaft, waren seine ersten Worte. Und es ist ein guter Moment, einem so historischen Traditionsverein wie Hertha BSC helfen zu können und gemeinsam besser zu werden. Ja, also auch gleich dieses gemeinsam besser werden war auch im Fokus. Das fand ich auch sehr gut. Er kommt aus einer sehr sportlichen Stadt, Miami, aus den USA. Und er meinte, dort ist der älteste Footballverein 54 Jahre alt. Das ist das Älteste, was es da gibt. Er meinte sogar auch europäischer Football. Also jetzt nicht Soccer, Fußball, sondern Football. Er ist, glaube ich, aus dem Football bezogen. Ist auch erst drei Jahre alt. Irgendwie so richtig. Dass es richtig funktioniert. Er meinte, das ist alles noch sehr, sehr frisch. Und deswegen hat er so ein Respekt vor so viel Tradition. Was Hertha ja wirklich auch bietet. Und dieses Stadion, meinte er, dieses denkwürdige Stadion, ist auch Wahnsinn. Und die Fanbase. Das hat ihn alles überzeugt. Und er findet das mega, mega beeindruckend. Und das waren so auch diese, naja, Einstiegsfloskeln, sage ich mal, von dem guten Josch-Wonder-CEO von 777. Dann kam Tom, Tom Herrig, zu Wort. Seine Argumente oder Infos und was er quasi von sich gab, fand ich noch am interessantesten eigentlich in der Runde. Weil das hatte richtig Futter. Er meinte auch gleich am Anfang, dass das professionelle Gespräche waren, auf Augenhöhe mit 777 in den letzten Wochen. Und das, was jetzt auch wichtig ist, 777, unabhängig in welcher Liga Hertha spielt, den Weg gemeinsam geht. Ja, das fand ich schon mal auch sehr, sehr wichtig, dass da nicht nur ein Investor da ist, der sagt, ja, Erste Liga. Und wenn es nicht funktionieren sollte, dann Adios, Embryos, dann sind wir weg. Ja, und das war schon mal gut zu hören, hat mir sehr gut gefallen. Dann meinte der Tom, dass das Geld dient zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit und Ausgleich der Verluste. Denn 777, ich weiß nicht, das hätte ich vielleicht vorher nochmal sagen sollen, geht erstmal mit 100 Millionen in den Verein rein. Ja, das ist eigentlich eine richtig dicke Summe, aber wenn man mal die Verbindlichkeit von Hertha so auf den Tisch legt und im Kopf hat, dann ist das auch nicht mehr so viel. Ja, 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 da muss ja einiges gezahlt werden. Aber er hat gleich gesagt, wie das Geld eingesetzt wird. Also da ist nichts jetzt hier mit, wir kaufen jetzt nicht Mbappé oder so. Nein, das könnt ihr euch abschminken. Also das läuft so nicht, ja, also das ist kein Geld für Spieler. The Cash kommt gleich, nee, The Cash, andersrum, kommt gleich in The Cash und da bleibt es auch. Das wird nicht einfach rausgefeuert. Ja, und der Einstieg ist ein zentraler Baustein für die Lizenzierung. Ja, also ein Z... Ja, ist... Ja, Leute, komm. Wir wissen genau, die Kohle brauchen wir wirklich, um auch die Lizenz hundertprozentig zu erhalten. Ein zentraler Baustein, ja, so kann man das auch nennen, ja. Aber ich bin sicher, dass wir ohne Triple-Seven-Geld sehr, sehr schwer geworden wäre, die DFL zu überzeugen. Und jetzt kommen Punkte, die mich sehr gefreut haben, die man sich eigentlich auch auf eine Fahne drucken oder auf ein Shirt drucken könnte, nämlich, der Tom Herrig meinte, Wichtige Prinzipien für die Zukunft, wir sind Realisten. Keine Luftschleusser bauen, hart arbeiten, Dinge und Personal leisten, die wir finanzieren können, auch nicht selbstverständlich gewesen in der Vergangenheit. Keine Wunderkerzen abbrennen und zum Schluss noch alles tun, um nachhaltig, langfristig erfolgreich zu sein. Das fand ich sehr gut, das sind natürlich Schlagwörter, die sind nice, die sind auch für Journalisten sehr schön. Aber nichtsdestotrotz fand ich sie sehr gut gewählt, sehr gut gewählt und spiegelt auch die momentane Umbruchssituation von Hertha dar. Es ist noch nicht lange her, wo die ganze Windhorst-Geschichte am Brennen war, wo Bobic auch noch fixe Ideen hatte, die man eigentlich gar nicht verwirklichen konnte und alles crazy im Verein war. Ja, also wirklich, ihr wisst es ja, so als Fans war man frustriert und down, man hatte irgendwie keinen richtigen Leitfaden und dachte sich, oh, das geht jetzt mit dem Verein aber richtig bergab. Und wenn man die letzten Wochen so mal betrachtet, ja, und jetzt letztendlich den Abschluss mit der Fusion, Triple Seven Investor im Boot, finde ich das schon ein, ja, ein klare Ansage, die mit diesen Wörtern, oder mit diesen Schlagwörtern, diesen Punkten bestätigt wurden. Und das finde ich gut. Das müsste uns, euch, dem ganzen Verein auch so eine gewisse Genugtuung geben, ja. Und dann war diese drei, ja, Vorträge will ich das mal nicht nennen, aber die drei Personen auf dem Podium hatten dann ihre wichtigsten Informationen preisgegeben und jetzt war die offene Runde von den Journalisten mit Fragestellen und da habe ich auch mal so die wichtigsten Punkte. Es wurde natürlich viel vis-a-vis, bunt gemischt hier rausgehauen. Vieles, was man sich eigentlich selber beantworten kann, dann vieles auf Englisch. Und man muss dazu sagen, dass der Josh ja voll Amerikaner ist und teilweise ein bisschen schnell gesprochen hat. In manchen Punkten hatte ich auch Probleme, ja, also ich verstehe Englisch ganz gut, aber wenn es dann doch so ein bisschen in diesen Krauderweltschlang geht, obwohl es bei ihm gar nicht so schlimm ist, ich finde, die Briten reden ja immer noch schlimmer, also da versteht man ja fast gar nichts. Bei den Amerikanern geht es ja noch, wenn Nicole bei gewesen wäre, ja, sie hat ja sehr viele Jahre in den USA gelebt, die hätte mir alles sofort übersetzen können, aber das Wichtigste habe ich hinbekommen. Warum schweife ich jetzt so ab? Ja, achso, da habe ich, wie gesagt, die wichtigsten Fragen von den Journalisten mal so rausgezogen, weil viel war auch Geplänkel. Und da hieß es zum Beispiel, man wollte wissen, wie viel in den Windhaus-Deal. Ja, ihr erinnert euch, Triple Seven musste ja erst den Windhaus, wenn man so will, Tenor-Gruppe freikaufen, um da reingehen zu können. Und man wollte jetzt wissen, was da an Geld geflossen ist, aber es wurde natürlich, ist ja hochprofessionell, was da abgeht, nicht verraten. Ja, nö. Aber eben diese 100 Millionen, die sind fix. Das ist erstmal das, was auch gesagt werden konnte seitens von Triple Seven. Triple Seven ist ein Partner auf Augenhöhe. Sie übernehmen nicht den Verein. Also Leute, keine Angst. Ja, es steht nicht im Raum, dass die jetzt so eine Macht kriegen, um über Hertha zu herrschen. Das geht ja schon mal gar nicht in Deutschland. Aber es ist auch gar nicht irgendwie, nein. Man hat gleich gemerkt, es ist wirklich auf Partnerschaft aufgebaut. Und Triple Seven will auch diese Tradition fördern. Die will das auch halten. Ja, die wollen auch so, wie Hertha besteht, halten. Sie wollen da nicht so groß verändern. Sie wollen nur da, wo sie ein gutes Know-how haben, eben zusätzlich Support geben. Ja, das ist eben wichtig. Aber sie wollen einen Verein nicht umkrempeln. Das kam eigentlich ganz klar zur Geltung. Ja, der Deal ist mit DFL konform. 50 plus 1, Freunde. Das ist das, was ich damit meine. Gibt es keinen Stress. Ich meine, der Tom Herrig meinte, ja, jetzt sind wir hier mit unserem Geschehnis hinsichtlich Triple Seven durch. Der Vertrag steht. Jetzt müssen wir mit der DFL richten, reden. Wir müssen denen das nochmal genau sagen. Nicht, dass die irgendwie Angst haben, dass hier irgendwie, mein Lieblingswort, Mouche Bou Bou passiert in Berlin. Und deswegen wird in den kommenden Tagen mit der DFL noch ganz genau gesprochen. Aber allein dieser ganze Vertrag ist DFL konform. Hertha ist der siebte Klub von Triple Seven. Wie ist die Nummer sieben in den drei Siebenen? Ja, also wer es nicht weiß, Triple Seven ist im Fußball schon massiv drin. Italien weiß ich. Ich glaube, Brasilien auch ein Verein. Belgien auch. Und es sind nicht immer so die Spitzenklubs, aber es sind Traditionsklubs. Und das mag ja halt auch Triple Seven. Ja, dieses Erhalten von Traditionsklubs. Da gehen sie gerne rein. Und da sind wir der siebte. Und da wurden sie noch gefragt, welchen Stellenwert Hertha jetzt hätte. Ob Hertha jetzt eine gewisse Priorität hätte, weil es vielleicht die Bundesliga ist, die ja so nice ist. Und da meinte er, nein, sie setzen keine Prioritäten. Sie wollen jeden Klub so stärken, wie es angebracht ist. Und da wollen sie nicht von vornherein sagen, das ist jetzt die Number One. Und da unten hier ist... Nee, nee. Das ist schon mal auch ganz gut. Sie wollen quasi alle gleichverbehandeln. Ganz im Gegenteil. Dieses Commitment besteht ja auch gerade darin, dass man sich untereinander hilft und fördert und auch gegenseitig vielleicht auch Spieler abgeben kann oder vermitteln kann oder all so Geschichten. Und da würde ja nichts bringen, wenn man jemand vorrangig irgendwie betuddelt und sich ihm gegenüber vorrangig verhält und die anderen vielleicht dann frustriert sind. Das muss ja ein ganzes Miteinander sein da in dem Pool. Dann macht das auch nur Sinn. Ja, dann wurde noch frech gefragt, wie kann man auch nur sowas fragen, wie Triple Seven sein Geld wieder reinholt. Darauf wurde auch nicht geantwortet. Da mag der ein oder andere sagen, was ist denn da los? Das ist doch hier nicht ganz koscher. Nein, aber ich denke mal, es ist einfach zu früh. Man muss ja auch erst mal sehen, wie sich das einspielt, wie Hertha sich aufbaut, aufstellt. Jetzt mit Triple Seven, wie der Erfolg hoffentlich dann wieder zurückkommt und so weiter. Und dann wird man, denke ich, auch eine Marge finden. Ich nenne sie mal eine Marge, die angebracht ist, um sein Geld dann zurücklaufen lassen zu können. Rücklaufen lassen zu können? Naja, quasi eine kleine Rendite. Ja, aber da muss man erst mal sehen, wie das alles funktioniert. Da kann man nicht von vorne rein sagen, hier Unterschrift. Ja, und ihr gebt mir jetzt so, so viel wieder. Das muss ja auch, also intelligenten Business, sage ich mal, wäre das ja überhaupt nichts. Weil man kann ja nicht ein, auspressen, entsaften, wenn der Saft gar nicht da ist. Ein bloßes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Das wird jetzt erst mal in den nächsten Wochen genau besprochen. Dann, ja, Partnerschaft ist auf lange Sicht geplant. Und man wird dann sehen, wie der gemeinsame Weg aussehen wird. Also das ist ja dann mit dem, was ich eben schon vor meinte, mit dem Geld zurückholen, parallel. Und es wurde auch gefragt, ja, könnte sich vorstellen, das 777-Stadionbau und so steht ja jetzt alles an. Vielleicht die 777-Arena oder so. Keine Ahnung, da musste auch ein bisschen geschmunzelt werden. Und dann wurde auch locker geantwortet. Also vielleicht ist sogar alles drin. Ich denke mal, bei einer guten Partnerschaft, wenn die merken, es fruchtet, hier in Berlin kommt ein gutes Bei rum, wäre man ja auch als Firma, als Investor, schön blöd, wenn man da nicht teilweise noch einen draufsetzt. Ja, und zum Schluss meinte, ich glaube, das war Kai Bernstein. Ich glaube, der hat sogar aus freien Zügen gesagt, weil er in irgendeinem Zusammenhang meinte, ja, die Fragen kommen jetzt so wieder auf den Tisch. Triple Seven war auch schon involviert bei der Bobic-Entlassung und der Transferperiode. Das hatten wir ja schon so ein bisschen gewusst. Ich glaube, es klang schon mal an, ja, mit Transfer. Ich glaube, sogar mit Zigerzi irgendwie hat Triple Seven auch abgenickt, hatten das auch für gut empfunden, was ja auch letztendlich auch richtig geil war. Das war ein guter Einkauf, muss man sagen. Es flutscht ja mit dem Tolga. Läuft ja gut. Ja, Leute, also das nochmal zur PK und dem ganzen Triple Seven-Auftritt. Jetzt wissen wir, wo es lang geht und jetzt kann erstmal weitergebaut werden, weil wir haben ja ein hartes Spiel vor der Nase und Wochenende Hoffenheim. Ey, Leute, ich sage es mal ganz ehrlich, wenn das jetzt schon wieder so Aufbau gegen eine Hertha BSC heißt, dann raste ich aus. Dann, ey, dann raste ich, aber es ist wieder diese klassische Situation. Mannschaft am Ende am Boden und dann kam Hertha. Nein, 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 nein. Wir müssen auch mal diese hässliche Tradition brechen, ja, wo wir ja vorhin schon über Tradition gesprochen haben. Nein, wir müssen Hoffenheim zeigen, wo sie hingehören. Ja, und nicht hier wieder und so, ne, also dass wir nachher gefrustet sind. Nein, es wird ein sehr wichtiges Spiel. Ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Wir spielen gegen den Tabellenletzten, gegen die TSG. Okay, und ja, da freue ich mich schon. Da werde ich Donnerstag, wie immer, mit meinem Vorbericht kommen nach der PK und schön über Hoffenheim-Plaudern, ja, so einen schönen Input geben. Da werde ich mir Infos ranholen und die mal richtig durchleuchten, ja, und das werde ich dann mit euch dann besprechen, wie immer, in meinem Vorbericht. Okay, bleibt gesund, Freunde, bleibt sportlich, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.